Es ist 7.30 Uhr, UFC 300 ist jetzt gerade vorbei und was haben wir in den Titelkämpfen bitte für zwei mega Knockouts gesehen. Alex Pereira schickt Jamal Hill in der ersten Runde schlafen und das kurz nachdem es einen Tritt in die Eier gab. Das war so eine witzige Szene. Ein Tritt nach unten von Hill gegen Pereira. Pereira hält Herbdine noch zurück und sagt, alles gut, lass uns weiterkämpfen und schwuppdiwupp schwingt Pereira seine Linke. Aufwärtshaken, Jamal Hill fliegt zu Boden, Hammerfist hinterher und Pereira hat einfach den Fortnite-Emote ausgepackt. Also Pereiras Jubel war einfach Fortnite-Emote mal drei. Wahnsinnig witzige Geschichte mit einem super brutalen Knockout und ey, was soll man sagen? Ich habe eigentlich gedacht, dass Jamal Hill diesen Fight gewinnen wird, aber was war das bitte für ein geiler Knockout von Alex Pereira. Was willst du auch viel mehr sagen? Fight war ja schon in der ersten Runde vorbei. Ganz anders war es aber bei Max Holloway vs. Justin Gaethje. Holloway hat Justin Gaethje vermutlich in der ersten Runde schon die Nase gebrochen mit einem Spinning Kick zum Ende der ersten Runde. In der zweiten Runde kippte ein bisschen die Stimmung. Holloway landete zwei Eye-Pokes bei Justin Gaethje. Ja, auch Holloway lässt sich von anderen Athleten vielleicht inspirieren und hat Chris Whiteman seinen Fight gesehen. Aber mal Spaß beiseite. Runde 5. Die letzten 10 Sekunden des Fights. Wir kennen Max Holloway seine Aufforderung zu Stand and Bang. Die letzten 10 Sekunden des Fights, den Holloway, ziemlich sicher, wer ehrlich sind, durch eine Decision gewonnen hätte. Beide wilde Schwinger. Gaethje lässt sich auch drauf ein. Denn was hätte Gaethje zu verlieren? Ja, entweder er verliert so oder so den Fight oder vielleicht zu 10% Chance gewinnt er den Fight. Gaethje wurde in der allerletzten Sekunde von Max Holloway cold, ausgenockt, schlafen geschickt im definitiv Knockout of the Night. Also, sowohl Alex Pereira und auch Max Holloway haben hier einen großen Container für Knockout of the Night. Dann hatten wir ebenfalls Siri Prozka vs. Alex Rakic. Eigentlich ein super genialer Fight. Rakic mit brutalen Legkicks, wirklich super vielen Legkicks. Und dann gab es einfach diesen Schlagabtausch. Prozka mit einem starken Punch. Und Prozka ging hinterher, Ground und Pound. Der Raff hat schon viel Zeit gegeben. Und dann würde ich sagen, spreche ich noch ausführlich über alle Fights. Aber nach knapp 6 Stunden Stream ist die Stimme irgendwann auch mal weg. UFC 300, super geiles Event. Wahnsinnige Knockouts. Und deshalb bin ich auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr zu Fortnite Emote Pereira? Was sagt ihr zu unserem neuen BMF Max Holloway? Schreibt mir eure Meinung unten rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und damit, bis zum nächsten Mal.